Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich möchte euch heute zwei Bücher einer Autorin vorstellen, die ich diesen Herbst für mich entdeckt habe. Bei der Verlagsrecherche, welche Bücher denn so jetzt im Herbst noch erscheinen werden, bei der Frankfurter Verlagsanstalt, habe ich ein Buch entdeckt, was mich sehr neugierig gemacht hat. Und aus dem Grund habe ich einfach mal beim Verlag nachgefragt, ob sie mir denn dieses Buch zur Verfügung stellen würden. Und die Frankfurter Verlagsanstalt hat mir dieses Buch freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Und darüber bin ich sehr froh und möchte mich an dieser Stelle auch nochmal ganz recht herzlich bedanken. Am Ende dieser Lektüre hatte ich mich so ein bisschen ja auf die Recherche gestürzt, was ich dann zu diesem Buch gerne sagen möchte und habe festgestellt, dass es zu diesem Buch bereits einen Vorgänger gibt. Also wir befinden uns in, ich sag mal, dem gleichen Universum, in Anführungsstrichen, die dieser erste Teil ebenfalls spielt. Und ich hatte mir dann überlegt, vielleicht bringt mir dieser erste Teil ja noch etwas und beantwortet mir Fragen, die offen geblieben sind im zweiten Teil. Und genau so ist es gekommen, dass mir Fragen beantwortet worden sind, die ich im ersten Teil eben noch hatte. Äh, im zweiten Teil eben noch hatte. Und beide Teile können zwar unabhängig voneinander gelesen werden, weil sie ein abgeschlossenes Buch bilden mit einer Rahmenhandlung. Wir befinden uns eigentlich nur in derselben Familie in diesen Büchern. Aber ich finde, dass, wenn man den ersten Teil gelesen hat, bleiben Fragen über, die dann im zweiten Teil beantwortet werden. Und genauso ist es, wenn man den zweiten Teil gelesen hat, bleiben Fragen über, wenn man den ersten Teil nicht gelesen hat. Und deswegen bin ich am Ende sehr froh, dass ich beide Bücher der Autoren für mich entdecken konnte und ich euch jetzt beide Bücher vorstellen darf. Um welche beiden Bücher geht es denn jetzt nun, die ich euch gerne vorstellen möchte? Und zwar handelt es sich einmal um Mischpoke, ein Familienroman von der Autorin Marcia Zuckermann aus der Frankfurter Verlagsanstalt. Dieses Buch ist im Jahre 2016 veröffentlicht worden und hat insgesamt 445 Seiten. Bei dem zweiten Buch handelt es sich um Schlamassel, ebenfalls ein Familienroman und ebenfalls von Marcia Zuckermann aus der Frankfurter Verlagsanstalt. Dieses Buch ist am 18.08. diesen Jahres veröffentlicht und hat insgesamt 399 Seiten. Und das ist auch das Buch, was mir die Frankfurter Verlagsanstalt zur Verfügung gestellt hat. Marcia Zuckermann ist im Jahre 1947 geboren worden und hat einen jüdischen Vater, der als politischer Gefangener im Buchenwald den Holocaust überlebt hat und hat eine Mutter, die aktiv im Widerstand gegen die Nationalsozialisten gekämpft hat. Marcia Zuckermann hat damit also schon eine bewegte Vergangenheit von ihren Eltern in die Wiege gelegt worden. Und ich glaube, dass die Vergangenheit ihrer Eltern und vielleicht auch noch ihrer Großeltern hier in diesen beiden Büchern ein Stück weit verarbeitet hat. Und so ist es auch bei meinen Recherchen herausgekommen, also hat sich herausgestellt, dass beide Bücher doch schon ein Stück weit autobiografische Züge haben, aber inwieweit konnte ich leider nicht herausfinden. Aber ich finde, bei der Familiengeschichte und bei der Thematik, die in diesen Büchern hier verarbeitet worden sind, kann man sich das, glaube ich, auch ein Stück weit denken, dass hier autobiografische Züge ja mit verarbeitet worden sind. In Mischbrucke lernen wir das allererste Mal die Familie Connem kennen. Und zwar erzählt uns die Familiengeschichte die Ich-Erzählerin, die wir leider nicht mit Namen näher kennenlernen werden. Und zwar erzählt sie uns ihre Familiengeschichte deswegen, weil sie in eine missliche Lage geraten ist. Sie ist angeklagt worden, hat aber ihr Gedächtnis verloren, kann sich an die Vergangenheit nicht mehr erinnern und wird deswegen therapeutisch bewertet, inwieweit ihr Gedächtnisverlust wiederhergestellt werden kann oder ob ihr Gedächtnisverlust überhaupt, ja, ob dem so ist. Und in diesen Therapiesitzungen erzählt uns die Ich-Erzählerin ihre ganz persönliche Familiengeschichte. Und zwar geht sie dabei bis zurück zur Kaiserzeit über den Nationalsozialismus bzw. den Zweiten Weltkrieg bis hin zu DDR. Und ihrer Familie, die Kohanims, beleuchtet sie nicht jede einzelne Person sehr deutlich, sondern sie pickt sich dabei bestimmte Familienmitglieder heraus. Und zwar ist es ihr Vater Walter, ihre Großmutter Franziska und ihre Urgroßeltern, die Kohanims. Wir lernen alle Familienmitglieder kennen, aber die genannten gerade lernen wir im Besonderen kennen. Da wird wirklich das Augenmerk draufgelegt. Und ich finde, das macht an dieser Stelle auch wirklich Sinn, weil es nun mal die Ich-Erzählerin ist, die uns diesen Rahmen der Geschichte vorgibt. Und es hätte für mich nicht so viel Sinn ergeben, wenn sie sich nicht auf ihren Vater, ihre Großmutter usw. bezogen hat. Hätte, vor allen Dingen besonders bezogen hätte, als wenn es jemand anders gewesen wäre. Also für mich hat das hier deutlich, ja, einen wunderbaren Rahmen gegeben, die Ich-Erzählerin. Ich muss aber allerdings dazu sagen, dass mir, dadurch, dass das hier mein zweites Buch gewesen ist, die Ich-Erzählerin um einiges bekannter gewesen ist. Ich wusste mit dem Lesen irgendwann, wer die Ich-Erzählerin war. Ich habe das Rätsel lösen können. Klar kann man das auch dann, wenn man Schlamasse gelesen hat, aber ich glaube, dass mir das hier ein ganz kleines bisschen mein Lesen einen Vorteil gegeben hat, weil ich schon einen Bezug zu der Ich-Erzählerin bekommen habe. Ich kann mir vorstellen ansonsten, dass die Ich-Erzählerin sehr weit weg gewesen wäre, dass sie einem vielleicht auch ein Stück weit unsympathisch rübergekommen wäre, weil sie so ihre ganz eigene Art hat. Sie ist so ein kleines bisschen, ja, sarkastisch, vielleicht auch eine kleine Besserwisserin, die, ja, die Welt einfach mit ganz anderen Augen sieht. Bei Schlamassel ist es ein anderer Erzähler, aber diesmal kennen wir den Erzähler schon mit Namen, und zwar ist das diesmal John Segal. Die Familiengeschichte bezieht sich hier tatsächlich mehr auf den Holocaust, auf den Zweiten Weltkrieg. Also das Augenmerk wird hier auf den Zweiten Weltkrieg beziehungsweise auf den Holocaust gelegt und John Segal bildet hier unsere Rahmenhandlung in diesem Fall. Und zwar ist es so, dass John eine sehr kranke Tochter hat und auf der Reise nach, also die Familiengeschichte aufdecken will, beziehungsweise, ja, noch lebende Familienmitglieder finden möchte, um seiner Tochter helfen zu können, um vielleicht das Rätsel ihrer Krankheit lösen zu können. Und er begibt sich nun auf die Reise, um Familienmitglieder kennen zu lernen, beziehungsweise zu suchen und die Familie noch weiter, die Familiengeschichte einfach aufzudecken, und wir befinden uns da eben wieder in der Familie der Koranims. Diesmal aber auch Augenmerk auf diese Familie, aber diesmal spannen wir den Bogen noch etwas weiter, und zwar bekommen wir noch angeheiratete Familienmitglieder, lernen wir noch kennen, aber auch Cousinen und Cousins und so weiter. Also der Familienkreis wird noch mal etwas größer gezogen. Und in beiden Büchern wird uns der Stammbaum der Familie abgebildet, natürlich immer nur den Rahmen, in dem es die Geschichte uns erzählt. Aber ich muss ehrlich sagen, dass in beiden Büchern mir der Stammbaum tatsächlich geholfen hat. Ohne die Abbildung des Stammbaums wäre ich tatsächlich ein Stück weit vielleicht auch hier und da durcheinander gekommen. Vor allen Dingen auch mit beiden Stammbaumen. Also hier ist ein anderer Stammbaum abgebildet als hier, weil wir hier einfach nochmal einen größeren Kreis ziehen und hier nochmal ein bisschen was anderes abgebildet werden muss, um die Familie einfach abgebildet zu bekommen. Das hat es ein bisschen leichter für mich gemacht zu lesen, mit immer mal wieder schauen, wen meint ihr denn jetzt nochmal, in welchem Zusammenhang stand denn nochmal? Wie gesagt, wenn die Stammbäume nicht vorhanden gewesen wären, hätte ich bei beiden Büchern ja nicht alt ausgesehen, aber mir hätte es deutlich schwerer gefallen. Und vor allen Dingen hatte ich das Glück, dass ich ja diesen Stammbaum hier schon habe und ich hier dann nochmal den Bezug zu den Kreinen und Kornims hier nochmal feststellen konnte und hier hin und wieder nochmal schauen konnte. Beide Bücher profitieren ganz klar oder beziehungsweise beide Geschichten profitieren ganz klar von dem Schreibstil der Autoren. Die Autorin hat einen Schreibstil, der ja so ein bisschen, sie schafft es, die wirklich traurigen Momente, die wirklich ernsten Momente sehr grissallklar zu beschreiben, sehr eindrücklich zu beschreiben und auch einen wirklich angebrachten Ton. Das ist die eine Seite des Schreibstils der Autorin, aber auch schafft sie es, bestimmte Dinge mit wahnsinnig viel Humor, mit Freude des Lebens zu betrachten. Und dieses Gleichgewicht hat sie wahnsinnig gut gehalten. Ich musste in vielen Dingen so wahnsinnig schmunzeln. Es ist jetzt kein Humor, der einen unglaublich zum Lachen bringt, aber es ist ein Humor, der einen zum Schmunzeln bringt und vielleicht auch die schweren Zeiten des Lebens ein wenig leichter zu ertragen und auch die schweren Zeiten der Kornims vielleicht ein bisschen leichter ertragen zu können. Und ich finde, das macht sie in beiden Büchern sehr, sehr gut, obwohl ich ehrlich sagen muss, dass sie das in Schlamassel noch ein bisschen besser schafft als in Mischburke. Ich glaube, dass sie hier noch mal ein Stück weit mehr gefallen hat als hier dran. Ich glaube, hier ist sie einfach, ja, sie ist einfach ein Stück weit mehr gewachsen in diesen wunderbaren Schreibstil, der mir unglaublich gut gefallen hat. Ich mochte diese, ja, das hat irgendwie so was Frisches gehabt, so was einen durch diese schwere Zeit, vor allem des Holocaustes und vielleicht auch noch mal in der schweren Zeit der DDR noch mal so richtig schön, nein, richtig schön nicht, aber einfach noch mal aufgeheitert hat. Und ja, man merkt einfach, dass man auf einer positiven Art das Leben vielleicht doch ein Stück weit leichter ertragen kann und vielleicht auch leichter in schweren Zeiten zu durchleben kann. Und ich finde, das ist auch das, was man in beiden Büchern wirklich mitnehmen kann, dass man, ja, das Leben manchmal vielleicht nicht so ernst nehmen sollte, wie es ist und dass es viel, viel leichter ist, ja, mit ein bisschen Humor das Leben, ja, zu genießen und zu ertragen. Was einen bei diesen Büchern etwas abschrecken kann, ist natürlich die große Anzahl an Familienmitgliedern, die uns hier begegnet. Ich finde aber allerdings, dass auch wenn ich auch, wie ich vorhin sagte, immer mal wieder den Stammbaum heranziehen musste, die Familienmitglieder doch recht gut auseinanderhalten konnte. Das liegt zum einen daran, dass sie für mich relativ gut gezeichnet worden sind. Ja, manche Familienmitglieder sind für mich, ja, ein bisschen blasser geworden, aber die haben tatsächlich blasser geblieben. Man muss aber auch dazu sagen, die Familienmitglieder, die blasser geblieben sind, spielten auch wirklich nicht in der Familie so eine wahnsinnig große Rolle und sind eher abseits geblieben, beziehungsweise sie sind, ja, haben abseits von der Familie vielleicht ein Leben geführt oder sind halt aus dem täglichen, aus dem Alltäglichen nicht mehr, sind nicht mehr vorhanden und deswegen sind sie einfach blasser geblieben und die Familiengeschichte bezieht sich zum Teil halt wirklich immer um den Stamm, der ja an einem zentralen Ort sich befindet. Und ich finde nichtsdestotrotz, aufgrund der großen Anzahl von Familienmitgliedern sind mir viele Familienmitglieder wirklich ans Herz gewachsen. Ich kann mir sich sehr, sehr lebhaft vorstellen, wie dieses Familiengeschehen ja da so gewesen sein könnte, wie die Familienmitglieder untereinander agiert haben. Also ich finde, die Autorin hat diese Familie schon sehr, sehr lebhaft dargestellt und das ist ihr auch in beiden Büchern gelungen. Natürlich kann man jetzt sagen, was ihr hier gefehlt hat, hat sie halt hier nochmal nachgeholt, aber ich finde viele Familienmitglieder in beiden Büchern nochmal anders kennen, aber nichtsdestotrotz habe ich in Schlamassel schon ein Gefühl für die Familienmitglieder gehabt und dann ebenfalls nochmal in Mischpoke bekommen. Also das sind für mich wirklich sehr lebhafte Mitglieder gewesen, sehr gut gezeichnete Charaktere, sehr ausgefeilte Charaktere und vielleicht auch Charaktere, die hier und da nochmal ihre Ecke und Kante haben und man sich wirklich gut an ihnen reiben kann. Und dann kommt ja auch noch, und das muss man ganz klar sagen, diese wunderbare Schreibstil der Autorin auch nochmal obendrauf, dass sie den Menschen oder den Charakteren auch nochmal so ihren Witz gegeben hat und ihre schnippische Art und auch ihre Berliner Schnauze zum Teil auch nochmal. Und ich finde einfach, diese Familie ist nicht einfach. Die hat ihre Familiengeschichte. Sie ist, ich glaube man hätte es schwer, wenn man so aus Außenstehender in diese Familie kommen würde. Vor allem wenn man jetzt zum Beispiel einheiratet in diese Familie, dann hat man es schon nicht so einfach. Aber ich mochte diese Familie wirklich sehr und ich mochte auch den Aufbau der Geschichte. In beiden Büchern wird uns die Geschichte ja auf ein Stück weit auf eine chronologische Art und Weise erzählt. Also hier ist es ja vom Kaiserreich bis in die DDR und hier dreht sich eigentlich alles um den Holocaust. Aber nichtsdestotrotz wird uns die Geschichte so ein Stück weit chronologisch erzählen. Wir haben hin und wieder immer mal noch so ein paar Sprünge dabei. Das liegt aber in der Regel daran, dass die Geschichte meinetwegen eines Familienmitglieds etwas länger erzählt und dann einfach der Zeitrahmen etwas länger wird und dann beim nächsten Sprung in das nächste Familienmitglied hinein quasi man wieder in die Vergangenheit zurückspricht. Also man sagt, da von 1939 bis 1941 wird ein Familienmitglied erzählt, dann wird das nächste erzählt und dann sind wir wieder 1939 meinetwegen. Um es mal so ganz klar zu sagen. Aber auch hier zum Beispiel in Schlamassel ist es so, dass wir hier auch nur einen gewissen Anzahl von Personen begegnen. Es sind hier vor allem im Rahmen von John, die bei ihm einen näheren Bezug haben. John wächst, oder John ist ja ein Kind, was im Zweiten Weltkrieg nach England evakuiert worden ist, damit ja, dass es den Krieg nicht mitbekommt, so wie es vielen jüdischen Kindern ergangen ist. Und das Hauptaufmerken liegt zum Beispiel auf seinen Cousin. Benno hieß er, glaube ich. Lass mich mal schnell schauen. Ich glaube, dass das Benno war. Genau. Benno, der ebenfalls irgendwann in London auftaucht und ja, dann strickeln sich so bestimmte Personen heraus, die mit ihm im näheren Kontakt sind. Und das hat für mich in Schlamassel ebenfalls Sinn gemacht, dass hier auch nicht wieder alle Familienmitglieder beleuchtet werden. Es sind wieder alle mit dabei, ganz klar. Das ist die Familie. Aber auch hier wieder die einzelnen Familienmitglieder, die hier vorrangig gehen. Aber nichtsdestotrotz ist in Schlamassel auch alles chronologisch erzählt. Von Beginn des Zweiten Weltkrieges bis Ende, beziehungsweise wenn die Rahmenhandlung, die uns natürlich die Familiengeschichte erzählt, ja, beendet ist. Was mir in Schlamassel ein Stück weit besser gefallen hat, ist so, dass wir hier viele, also nicht viele, aber einige Korrespondenzen zwischen den Familienmitgliedern erhalten haben. Also Briefe, die zwischen den Familienmitgliedern ausgetauscht worden sind, werden hier uns am Ende der Kapitel meistens noch so drangehangen. Damit bekommt man noch ein Stück weit mehr ein Gefühl für die Protagonisten. Wir haben das in Mischpoke auch ein Stück weit, aber hier ist es nicht ganz so oft wie in Schlamassel. Deswegen hat mir Schlamassel auch ein ganz, ganz kleines bisschen besser gefallen als Mischpoke, weil ich das Gefühl hatte, hier habe ich nochmal, ja, kriege ich nochmal ein bisschen mehr über den einzelnen, über das einzelne Familienmitglied. Der erzählt, beziehungsweise über ihr Innenleben, wie so die Gedanken sind und was diejenigen erlebt haben. Hier ist natürlich, in Schlamassel ist es natürlich so, dass wir hier mehr Augenmerk auf den Zweiten Weltkrieg haben und hier nochmal ins Detail gehen, was den Holocaust betrifft, was den Zweiten Weltkrieg betrifft und wie sie einfach versuchen zu überleben. Und das kann man gar nicht anders sagen. Sie versuchen in Schlamassel tatsächlich einfach nur zu überleben. Das erfährt man in Mischpoke ein Stück weit auch schon. Aber hier ist einfach der Rahmen, der Zeitrahmen ein viel, viel größerer. Und deswegen wird hier nicht ganz so hundertprozentig Bezug auf den Holocaust genommen und nicht so sehr ins Detail gegangen wie in Schlamassel. Beide Bücher zählen für mich zu Büchern gegen das Vergessen. Also sie kann man ganz klar zu diesen Büchern zählen, zu der Aufbereitung des Holocaust, des Zweiten Weltkrieges, aber auch generell, um ein Gefühl für eine jüdische Familie zu erhalten, da seine Nase ein Stück weit heranzubekommen. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass die Familie hier im Vordergrund steht. Das heißt, geschichtliche Ereignisse werden hier nicht ganz so stark thematisiert. Also man erfährt jetzt hier zum Beispiel jetzt nicht, wann der Krieg explizit losgegangen ist. Wenn man so ein bisschen geschichtliches Interesse hat, dann merkt man das schon. Dann sieht man das an der Zeit, wenn die Jahreszahlen so auftauchen, welche Ereignisse dann und wann aufgetreten sind. Aber ein explizites Erwähnen findet hier nicht statt. Und weil hier einfach das Hauptaugenmerk auf der Familiengeschichte ist. Aber ich finde das überhaupt kein Manko gegenüber den Büchern, weil ich finde, man bekommt das auch so mit, wenn man so einen gewissen geschichtlichen Bezug hat, dann bekommt man das ganz von alleine mit, was hier gerade passiert und kann das auch ein Stück weit in den Kontext setzen. Sicherlich setzt das dann natürlich voraus, dass man gewissermaßen geschichtlich dann so ein Stück weit fit ist beziehungsweise bestimmte Eckpunkte kennt. Aber ich denke, dadurch, dass wir alle das im Geschichtsunterricht hatten, die großen Eckpunkte, fällt einem das Lesen dieser beiden Bücher überhaupt nicht schwer und kann sie in den entsprechenden geschichtlichen Rahmen setzen. Also für mich sind es definitiv zwei Bücher, die gegen das Vergessen mit herangezogen werden und die auf ihre tolle Art und Weise des Schreibens von der Autorin ihren ganz eigenen Charme haben, die mich sehr von sich überzeugt haben. Und ich wirklich sehr froh bin, dass ich nach Schlamassel wirklich nochmal eine Sprache gelesen habe und für mich die Familiengeschichte nochmal ein Stück weit verlängern konnte. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ich euch neugierig auf beide Bücher gemacht habe, dass ihr eigentlich mit Schlamassel anfangt. Auch wenn hier ein paar Fragen drin sind, die euch vielleicht hier und da noch ein bisschen stören und danach zum Spruchge greift, werden euch diese Fragen, welche hier noch drin sind, definitiv beantwortet. Aber euch ist hier die Ich-Erzählerin definitiv vertrauter und ihr habt schon einen kleinen Bezug zu Ich-Erzählerin. Ich kann mir wie gesagt vorstellen, dass hier ansonsten die Ich-Erzählerin ein bisschen unsympathisch rüberkommen wird. Aber wenn ihr vorher Schlamassel gelesen habt, dann wisst ihr auch, warum sie so ist, wie sie ist. Und ja, ich kann euch beide Bücher wirklich nur empfehlen, wenn ihr auf Familiengeschichten, ja prinzipiell, wenn ihr da Interesse dran habt, wenn ihr auf einem Schreibstil Interesse habt, die ja sehr humorvoll schreibt, aber auch sehr gefühlvoll schreibt, beziehungsweise in erster Lage einfach mit ihrem Schreiben ja herüberbringen kann und eine große Familie kennenlernen wollt, kann ich euch beide Bücher nur wärmstens am Herz legen. Am Ende möchte ich mich jetzt nochmal bedanken, dass ich Schlamassel von der Frankfurter Verlagsanstalt zur Verfügung gestellt bekommen habe. Wie gesagt, ich habe mich darüber sehr gefreut. Ich, mich würde jetzt am Ende nochmal interessieren, kennt ihr vielleicht schon Mischburke? Mischburke ist ja schon etwas älter und von daher kann es ja dem einen oder anderen schon bekannt gewesen sein. Und wenn ja, wie ist denn eure Meinung zu Mischburke? Und natürlich würde es mich noch interessieren, ob ich euch neugierig auf beide Bücher machen konnte. Ich lasse mir doch diesbezüglich gerne einen Kommentar da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Was ich dann nochmal gerne sagen möchte ist, also so wie die Bücher aufgemacht sind, ich glaube, dass sie mich so gar nicht angesprochen hätten, weil ich weiß nicht, irgendwie verlocken sie mich jetzt doch nicht so mit der Aufmachung. Ich meine, es hat alles seine Bedeutung, was hier auf den Kopfern drauf ist. Alles hat seinen Grund, alles hat seine Bedeutung. Aber das weiß man erst hinterher, wenn man es gelesen hat. Aber ich frage mich gerade, ob ich mich interessiert hätte, also ob ich zu den Büchern gegriffen hätte, wenn ich sie so im Laden gesehen hätte. Würde ich an dieser Stelle tatsächlich bezweifeln. Aber ich bin trotzdem sehr, sehr froh, dass ich diese Bücher für mich entdecken konnte und euch vorstellen konnte. Und ich hoffe, ich konnte euch jetzt auf die Bücher sehr neugierig machen. Ansonsten lasst mir, wie gesagt, unten einen Kommentar da, wenn ihr mögt. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Habt schöne Lesestunden. Bis dahin. Tschüss.